Hey Leute! Was ist hier? Es ist Survival Games am Start! So wie die letzte Runde, wo wir, ähm, naja, im, also im letzten Minecraft-Quatsch sind wir im Finale gestorben. Aber jetzt schaffen wir in dir, es ist wie, äh, in der Meer. Es ist wieder meine Lieblings-Map, wie ihr wisst. Das ist geil. Da werden wir hoffentlich was reißen. Und ja. Bist du mir was? Da sind auch zwei Kisten. Die sollte ich vielleicht auch mal anschauen. Und dann meinen Weg rennen. Wäre vielleicht gar nicht zu dumm. Äh, hoffentlich sind das Kisten. Nochmals. Schauen wir mal, wenn dort wer hingeht. Drei, fünf, vier, drei, zwei, eins. Zack! Ich hab schon ein Schwert und so. Okay, jetzt gehen wir mal hier hin. Es sind keine Kisten. Schade. Nein, die rennen wir in den Weg! Ah ne, doch nicht. Hase rennen rechts. Äh, links. Aber ich renne rechts. Und jetzt. Hahaha. Muhahaha. Oh, mehr Rüstung. Jetzt hab ich schon zwei Goldschwerte. Alter. Wär's jetzt ne Teamrunde wär das schon so gut dran jetzt gerade. Aber ich spiel ja gerade alleine, wie ihr seht. Eine Angel und noch ein Mushroom. Die Kiste war fail, die ja... Nein, lass mich rauf, danke. Na. So, danke, lass dich rauf da. Ähm. Essen haben wir nichts. Schwert. Am besten mal. Brauchen wir nur mal was zum Essen, dann sind wir gut zu gut ausgerüstet. Oh, da ist noch ne Kiste. Hier ist keine und hier auch nicht, aber hier. Da hab ich glaub ich beim letzten Mal auch gesagt, als ich diese Map aufgenommen hab. Okay, wir haben voller Rüstung und ein Schwert. Ich hab jetzt nur mal was zu messen. Was ist denn? Äh. Ja, nee. Wir haben gutes. Gutes, gutes Equip. Ne, ist nicht blöd. Da ist ne Kiste. Ja, ja, ja. Hallo? Hm, kann sein, dass die ein bisschen buggen. Okay, es ist aber auch wieder ne Rüstung drin gewesen. Wo ist das hier? Mein Gott! Was hier? Oh, wieder Rüstung. Ah, wenigstens ein bisschen was zum Essen. Krotte und Cookie. Hier ist nichts, aber hier? Ah, wieder Goldschwelle und Rüstung. Alter. Es ist nur endlich mal was zum Essen. Endlich. Wir haben ja nicht wirklich, ähm, viel, also kein gutes Schwert eigentlich. Ich bin nur ein Halsschwert. Leider keinen Stein, obwohl wir grad so viele Kisten gefunden haben. Ist ja ein bisschen blöd. Ja, da oben. Wird auch was sein. War ich noch nicht. Oh, da ist sogar was. Tag. Ein Helm, der schlecht ist. Und irgendein anderer Bullshit war noch drin. Nein, nein, nein. So. Läuft doch gerade ziemlich gut. Ähm. Goldboots. Aber Hose finden wir nicht, gell? Hosen nicht. Gehen wir mal in das Haus. Weil hier rennt er eigentlich meine... Mein Gott. Da ist er noch. Der hoffentlich folgt er mir jetzt nicht. Der hat das Steinschwert. Ein bisschen blöd, wenn der mir jetzt folgen würde. Weil gegen einen Steinschwert kann ich jetzt nicht so viel ausrichten. Obwohl, ich hab gute Rüstung. Wär schon irgendwie gegangen. Na egal. Komm ich hier hoch. Warte. Da ist auch noch ne Kiste deiner Baum. Nein. Nein. Scheiße. Ah, Weed. Ei. Die läuft ganz hoch. Sieh über den Backstein an. Da unten werden... Neins. 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 Boah. Endlich. So. Jetzt will ich aber hier ganz hoch irgendwie. Gibt's irgendwo so ne Art Leiter. Ne, aber hier ist mal ne Kiste. Uh. Leder. Hose. Wuhu. Der ist so gut. Nein. Nicht mehr ein Cobweb. Nein. Nicht mehr ein Cobweb. Das ist nicht so schön. Das muss einfach mal stehen. Das Cobweb ist... Kann sehr nützlich sein. Sechs Tribute. Left Nummer. Oder ist auch mal ne Kiste. Baked Potato. Oh. Oh. Wie komm ich hier hoch? Aufs Dach geht, kann man doch eigentlich auch, oder? Das Dach können wir doch eigentlich auch immer. Oh. Jetzt brenn ich. Bin so gut. Ein Genius. Hm. Na egal, Jodo, nimm mal das. Oh, vier Pfeiler, na wenigstens was. Da ist auch noch ne Kiste, ich weiß es gar nicht, da haben wir bei der schon. Ja, glaub schon. War kein Steinschwert oder so. Wir haben auch nur ein Gold, kein Eisen oder so irgendwie. Uh, rennen wir mal hier weiter. Aber ich glaub, hier sind schon ur viele gewesen, Wetten. Jester, ich glaub ich, und dann Wetten. So, so genial bin ich. Oh, Kopfweb, endlich. Man, ich sollte dann das nur die Zeige wegwerfen. Wohin? Essen? Essen? Ich hab überhaupt nicht viel Zeug. Nein, nein. Ich hab so viele Kisten gefunden, ne? Die hat ja auch noch niemand. Ähm. String. Also, ich würd's sagen, wir werfen das hier einfach mal dorthin, das ganze Zeug, was wir nicht brauchen. So, 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 so. Ganz ein Goldschwert da. Die Hose. So, so, essen. Okay. Naja. Ich frag mich wirklich, wo die Gegner sind. Das ist nämlich, mir ein kleines Rätsel. Auf dem Turm oben sind aber auch noch oft Sachen. Aber wenn da jetzt niemand war, nein, das wäre so witzig. Da war noch, Steinschwert und Enchantment Bottles. brauchen wir unbedingt einen zaubertisch mal wo ist er noch mal zu vergessen wir haben ein steinschwert okay das ist sehr sehr schön jetzt brauchen wir noch eine bessere hose schützt am deathmatch beginnt das ist scheiße ich wollte noch zaubern ist noch noch ein bisschen sie das weiß ich noch hier war auch noch niemand sind auch noch zwei essen mal die habe ich schon das ist blöd dass das bin ich jetzt gespannt ob ich ins deathmatch gewinne jetzt hier ist er natürlich mega geil ist auch noch eine kiste mit nur schuhen okay die pfeiler habe ich mein kopf ist auch so nützlich eine fishing rod okay die die vier sachen brauche ich jetzt schaffen das sind im team ich schau mal genau ich versuche den einfach mal hier runter zu schuhen das sind dann ist es gleich kein team hier egal ich komme mich einfach mal um den aber das hält aus was da froh na egal Vielen Dank.